Spielonki Folge 3 Ja, fängt der schon mal super an? Young hatte recht Der Aufbau der Höhlen verändert sich ständig So, fortsetzen Level 1, 1000 Geld haben wir 1000 Geld, 1000 Dollar 44 Sekunden, Minuten, Sekunden, Minuten Frau 0 getötet 1, insgesamt getötet 1 So, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt müsste sich das Level ja ändern, ne? Oh, da hinten ist das Tutorial, glaube ich Ja So, still hier Erinnert mich auch ein bisschen an Hugo Tatsache, das Level ist anders Oh mein Gott Okay, gut, so, jetzt nochmal Willkommen zurück zu Spielonki Folge 3 Und wir Werden ein wenig Die Höhle erfol- oh, da ist ein Da ist auf jeden Fall eine Falle, sehe ich Da oben ist ein Spinnennetz Tut uns das was? Nein Ah, da gehen wir aber langsam durch, okay Aber das geht nach einer Zeit weg, okay So, da haben wir ein wenig Gold eingesammelt Oh, das ist natürlich jetzt doof Das ist richtig doof Das, äh Da haben wir uns jetzt selbst ein Eigentor geschossen Gut, dann gehen wir mal hier gucken Vielleicht kommen wir da Was ist hier unten? Okay Schauen wir mal, die Höhle ist ganz schön riesig Wenn ich das mal so sagen darf Da, äh, 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 gewick, gewick, gewick , äh, 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 oh, wir haben nur noch ein Herzchen ein Herz. Ich will nicht zu hoch springen, sonst kriegen wir nachher noch da oben von dem von der Falle noch einen auf den Deckel, den wir entweichen. Was ist denn mit dem Totenkopf? Ist er weg? Ah, jetzt. Ja, komm. Komm, traust du dich nicht? Haha. So. Ähm, ja. Da ist eine Schlange, die wir auf... Okay. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das ist natürlich nicht schön. Okay. Runde 3. In Folge 3. Und, ähm, ja, eine neue Mine. Flay ist sie einfacher. Schauen wir mal. Für mich. Da unten ist ein Totenkopf. Ich finde die Animation so lustig. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. So. Ähm. Können wir jetzt natürlich aufpassen, dass wir... Dass wir hier in den Töpfen sind natürlich auch manchmal schlank. Äh, 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 geht weg. Geht weg. So. Mit einem Peitschenhieb habe ich sie erledigt. Äh, 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 äh. So. Gar nicht so easy. So wie... Wer hat denn da geschrien? Ach, da oben ist eine Frau. Ich sehe es gerade. Ja. Ja, 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 ich habe dich gehört und gesehen. So. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus wie vorher, was wir hier tun. Ach, deswegen konnten wir das ändern mit den Frauen, mit den... Frau... Äh, Frauenstil. Oh, das ist natürlich jetzt dämlich, dass wir schon wieder... ...ein Leben verloren haben. Weil ich will es ja auch mal schaffen, ne? Nein, was mache ich denn da? Hm. War das doch eine gute Idee? Weiß ich nicht. Uah, uah. Och, Mann. Ähm, wie kommen wir denn zu der da oben? Uäh. Okay, das... Äh. Puh, das... Uah. Nein. Nein. Ich glaube, ich werde den Schwierigkeitsgrad direkt mal runterschrauben auf... Äh. Ja, B... Oh, was ist das denn? Eine Treppe? Äh, eine Leiter? Oh, was haben wir denn hier? Vielleicht kommt jetzt... Im Aufbau. So, zukünftige Standorte der Abkürzungsstation. Triff dich mit mir am Ende der Mine, wenn du mir helfen willst. Tunnelmann. Mhm. Okay. Ähm. Das ist natürlich nicht schön, dass man da so... ...so schnell drauf geht jetzt hier. Da ist wieder eine Falle. Wie können wir denn die fallen? Können wir die irgendwie... Vielleicht so? Ja, sehr schön. Ja, liebe Frau, ich werde dich gleich retten, sobald ich hier... Oh, Entschuldigung. Uah, 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 uah. So, dann schauen wir doch mal, wo... Wo können wir sie denn in Sicherheit wiegen? Wo können wir sie denn hinbringen? Am besten hier erstmal. Dann können wir uns hier ein wenig umschauen. Ja, das... Ähm. Äh, oh, wie sie läuft. Äh, oh, wie sie läuft. Äh, 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 so. Ähm. Ja, äh, 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 äh. Haha. Das ist ganz schön gemein. Aber ich glaube, da unten habe ich den Ausgang gesehen. Wenn ich... Wenn ich mich nicht recht irre, war da unten der Ausgang. Ich werde es mal mitnehmen. Oh, Entschuldigung. Äh, na toll. Na, das... Oh, Mann. Entschuldigung. So, äh, sehr schön. Wunderbar. Wie aber auch das Seil hochläuft. Ähm, ja. Nein, das war falsch. So. Aber es hat schon... Es hat schon einen gewissen Flair, dieses Spiel. Uah, wie dumm war das denn? Na toll. Okay, da muss man also noch so ein bisschen nachdenken, wie man da am besten hochkommt und alles. Ähm. Ich werde hier mal eine Bombe legen. Ich habe keine Bombe mehr, fällt mir gerade auf. Das ist natürlich nicht schön. Die läuft es eiskalt den Rücken runter. Warum? Warum wird die Musik jetzt so... Was, was, was denn jetzt? Hallo? Äh. Irgendwie, äh... Hä? Da stand doch irgendwas von... Objekte? Nee. Fallen? Nee. Warum wird es denn jetzt gerade hier so ein bisschen nebelig und die Musik so... Ach, egal. Gehen wir einfach weiter. Egal. Gehen wir weiter. Yeay. Oh. Wir haben uns das Küsschen abgeholt. Sehr schön. Wunderbar. Weiter zum nächsten Level. So. Mine 1 von 2. Gucken, wie lange das anhält. Da läuft ein Mäuslein. Tut uns das was? Da oben ist eine Spinne. Sehr schön. So. Wah. Wah. Wow. Was? Was? Was war das denn? Ich bin zu feiner Paste zermahlen. worden. Äh, das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn? Sehr frustrierend, das Spiel. Kauft euch das nicht. Das ist sehr frustrierend. Das kauft euch das nicht, das Spiel. Das ist nur frustrierend. Ich seh jetzt, ich bin schon wieder bei Mine 1 von 1. Wie soll ich denn hier weiterkommen, wenn ich die ganze Zeit sterbe? Wah. Wah. Ja, komm her, du flattern Mann. Komm her, ich hab ne Peitsche für dich. Peitsch, peitsch. Ruf mich an. Ruf mich an. So. Also, äh, ich werde mal eben ganz schnell auf Option nochmal gehen. Äh, ich werde das mal eben auf den Hund stellen. Mal gucken, wie lustig das ist. Mö, 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 mö. So, hier unten haben wir eine Sch... Ein Skelett. Da haben wir einen Diamanten, den wir natürlich mitnehmen werden. Hallo? Ich will da rein. Wunderbar. So. Kommen wir da runter ohne? Wah, ah, 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 ah. Äh. Okay. Ach, ich vergesse das... Ach, ich vergesse mal dieses dämliche Rennen. Ah, ich bin auf Stacheln gefallen. Äh. Wer hätte das gedacht? So. Naja. So, weiter geht's. Also. Höh. Oh, das war knapp. Der hat mir schon direkt unser erstes Leben verloren. Aber nur... Aber da haben wir unser erstes Leben verloren. Ne, doch nicht. Wir haben immer noch drei. Höh. Das gibt's doch nicht. Wie soll man denn daran vorbeikommen? Der Zyklop denkt auch, ey. Mö, mö, mö. Höh, ich höre den Hund schon bellen. Oh, 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 oh. Okay. Dieser dämliche Flattermann da, der geht mir jetzt schon wieder auf den Senkel. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich werde dieses Spiel nicht let's playen. Ich werde, ich werde, glaube ich... Haha. So. Das ist nichts für mich. Nichts für schwache Nerven. So. Döling, döling. Hallo? Äh, okay. Hier ist nichts mehr. Ah, was mache ich denn? Okay. Meine Güte. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist doch... Das ist doch irgendwie... Nö? Naja, schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Oh, nein. Nein. Ja, super. Das bringt uns ja mal voll gar nichts, glaube ich. Oder? Nein, das bringt uns gar nichts, weil wir keine... Weil wir keine einzige Bombe jetzt mehr haben, die uns jetzt hier weiterbringen könnte. Das heißt, wir müssen oben nochmal lang gehen. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Ja, renn doch mal. Äh, wo sind wir denn jetzt hier? Hallo? Ah, hier. So. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Okay, da haben wir schon mal den Ausgang. Aber da ist noch so viel zu entdecken. Und auch der Hund. Neuer Tagebucheintrag. Dieser Kompass zeigte immer an... Äh, zeigte immer den Weg zum Ausgang an. Äh, okay. Wir können auch mit dem Touchpad blättern. Fällt mir gerade auf. Ah, jetzt haben wir den... Oh, Entschuldigung. Wie auch guckt der Hund. Äh, äh. Was macht er nur mit mir? Was macht er nur mit mir? Äh. Sehr schön. So. Wunderbar. 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 Der Hund hat uns abgeschleckt. Und, ähm... Ja. Ich brauche jetzt definitiv eine Erholungspause. Und, ähm... Oh, jetzt sehen wir sogar, wer... Tötet haben. Es ist immer noch eins von eins. Bei Mario würde jetzt schon stehen. Vier von sechs oder so. Ähm... Ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge. Vielleicht in einer weiteren Folge. Ähm... Ja. Äh... Let's Play. Keine Ahnung, wie das Spiel heißt. Vielleicht Folge vier. Schauen wir mal. Also, mach's gut. Ciao. 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 Ciao.